Zentroparkhaus Zentroparkhaus, mal gucken, die ersten Kellerwerke-Fans sehe ich schon hier, drei Stück Zentro, willkommen! Wie gefällt Ihnen das denn hier im Zentro? Sehr gut! Wir gehen ja jetzt nach Kellerwerk, freut ihr euch denn schon? Geil! Man hört schon den Talentsommer Ich hab's gedacht, man stürzt gar nicht Nee, da kriegst du ja, da waren die Wochenende Aber kurze Hose wollte ich dann auch noch, weil wir abends doch immer rüber liegen Ja, ich hab's doch immer rüber rüber Ich hab's doch immer rüber 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 Ich hab's doch immer rüber 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 Ich hab's doch immer rüber 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 So, gleich sind wir am Talentsommer So, Erwins Biergarten Da sind wir richtig Und ich seh auch schon Und ich seh auch schon Mach den Computer an und geh auf Kostenprogramm Wann seid ihr hier angekommen heute? Ja, so vor einer Stunde sind wir ungefähr angekommen Und dann haben wir erst ein bisschen gewartet Und jetzt vorhin aufgebaut Und ja, freut es schon Heute kommen wir auch schon gut voll Wetter hält sich vielleicht auch, wenn wir Glück haben Ja, also Wetter soll auf jeden Fall gut werden Ich hab's gespannt Das stimmt gar nicht Und da kommt auch schon der Sanddruck Hi Sanddruck Das stimmt gar nicht Ist nicht dann hi Roger Hey Grüß dich Wie fühlst du dich? Hör mal, super Hör mal, du musst heute endlich mal ein vernünftiges Foto von mir machen Hi Aber heute Hast du auch eine 64 Gigawatt Speicherkarte? Meldet du mich? Ja, das ist gut Wenn ich mir da richtig Probleme holen Ich hab eine extra mitgenommen Noch mehr Promi Ich mach eine kleine Reportage nebenbei Achso, eine Reportage jetzt, oder? Kommt hier in die Presse und Gruppe Achso Ja Ja, aber nicht schlecht Hi Ach, hi Und, wie fühlen Sie sich denn so? Ja, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen wegen Schlager, aber sonst Gott geht's gleich weg Guten Tag, Herr Trommel Und, schon eingestimmt? Ja Trommelstöcke ohne Ende auf jeden Fall Hör mal, ja, das ist Cola Nein, leid Wir haben jetzt noch eine Stunde Ja Und dann geht's zur Sache Genau Und dann müsst ihr die Rentner hier aus den Stühlen schmeißen Werd dafür sorgen, dass sie 10 Jahre jünger werden Und mal die Hüftenlenke werden fliegen Ja Dann werden wieder eingeschmiert Okay, pass auf Wir drehen das Spiel mal um Ja So Roger Koch, hallo Sie interviewen gleich die Band Kellerberg Ja Sind Sie schon aufgeregt? Total Wir haben schon ganz lasse Hände Ich hab gehört, die Jungs, die spielen auch heute in Oberhausen Wie stimmt das? Richtig! Ja, wir haben Talentsommer Talentsommer, okay Obwohl die ja gar keine Talente mehr sind Die sind ja schon Profis Aber das wäre das Das ist ein Hobby Ich kenn die gar nicht Das heißt halt so, ne? Ich weiß nur, dass der Sänger Andy heißt und aus Bochum kommt Ich hab' mit den Tremel Ja Ja Ich hab' mit den Tremel Doch ich bin mit den Tremel Ich hab' mit den Tremel Dass ich das soe ich weiß Kommt, Leute, break! Wenn wir mal herren, was wieder geht Und sind immer noch da In der Kalbe, an der Enke Und zu essen, war Viele Seiten, was noch so laut Denn ich lebe jede Sekunde Der Atemweg, der Samu-Gi-Zahn Wo der Morgen beginnt Ich lebe jede Sekunde Sweet, old man, wem up I'm an audio Lord, I'm coming on to you Oh, it's to you Oh, it's to you That I'm kissing The last I am missing And hope that my dreams will come true And tell why I'm with I watch home every day And I feel all my love Wer hat's euch denn gefallen bis jetzt? Gut, die Jungs Gut? Ja, gefällt mir, richtig? Ja, wunderbar Fantastisch Wie's dir gefallen hat? Ja, Bonge, ne? Kommst du wieder? Ja, nee, ich komm nicht mehr wieder Ich hab deinen Anblick gesehen Ich komm nicht mehr Oh, oh, oh Klar komm ich noch mal wieder Wie's dir hat's denn gefallen? Schön Ja? Ja Hast du Kiki auch schon gefragt? Ja Alle sind dran heute Und die Amy auch? Auch Wie's dir hat's dir denn gefallen? Ja, sehr gut Also die Band Wollt ihr dich noch auf die nächste Runde? Ja, natürlich Also die Band Kellerwerk Die inspiriert mich Und in meinem Leben Und mein Leben natürlich Er ist jetzt ein Scherz Der da das hier an ist, ne? Du bist ja auch ein Edelfand Ist jetzt ein Scherz, ne? Nein Roger, nee Warum habt ihr denn Kellerwerk-T-Shirts an überhaupt? Ja, wie sind eingefleischte Fans? Ist doch logisch Ja? Ich hab auch Kellerwerk-T-Shirts, aber Ja, warum ist sie nicht an? Hat ein bisschen gespannt Ich hab ein bisschen Ich hab ein bisschen zugenommen, weißt So, und? Wie war die erste Runde? Hat alles geklappt? Ja, so weit eigentlich perfekt Der Stock zerbrochen Nee, Stock ist nicht zerbrochen Aber, ja, ansonsten Klar, Soundcheck muss man immer Auch noch beim Spielen ein bisschen machen Aber so weit lief alles noch gut Ich glaub, da hab ich gewundert Ihr könnt sogar Beatles Das hab ich ja noch nie von euch gehört Ja, es gibt immer eine Überraschung für euch Ich bin mal gespannt, was er noch so kommt Jetzt überleg ich noch, wie ich euch Halt mal auf ihn drauf Guck mal, ich versuch jetzt mal rauszukriegen Wenn die jetzt nicht die gleichen Klamotten haben Wie man die auseinanderhalten kann Aber du hast hier ein Bärtchen, ne? Ja, das hat er ja auch Ja, habt ihr irgendwas, wo man euch so Ja, ich hab ein bisschen ein Schmaleres gesehen Er hat, ja, Fingernägel lackieren Ah! Ja, ich hab vorhin eine Wette verloren Und musste mir die Fingernägel lackieren lassen Erik ist der Wettkönig Seht immer die Ausdrehen Achso Ja, eigentlich steht da drauf Dann macht er heimlich auch, wahrscheinlich Genau Ne? Hast du die Gitarre alles richtig im Griff gehabt? Ich glaube, ja Gut Das hat sich jedenfalls angehört Ja, das hat sich jedenfalls angehört Ja, das kommt denn gleich noch Kommt da noch mal ein Lieblingslied? Äh, nur mit dir? Du hast doch garantiert alle als Lieblingslied Alle? Ja, aber das ist mal ein ganz besonderes Aller Lieblingslied Ne, das heute im Auslaufsweiß meine ich Ja, da muss ich nochmal wieder gucken Ja, genau Ja, genau Aber das ist ja die Kiki Ja Ja Kannst du auch was sagen? Geile Band! Geile Band Ja? Schön Ich hab da gut mitgegangen durch Auch gut Ich hab mir das gefehlt Hast du dich schon mal gesehen, Jungs? Das erste Mal? Das erste Mal Ja, kannst du bei YouTube Gibt's ganz viele Videos von Kellerberg Nee, das haben wir wirklich gut Was? Kellerberg? Ja Ja Ja, die haben mir sehr gut gefallen Sehr gut Das muss ich verstanden, aber egal Du hast ja das Richtige gesagt Danke Ich kann da jetzt nichts zu sagen, weil ich mich auf diese Name konzentriert habe Ich muss sehr auf die Kiko singen Ah, okay, ja, das kann man auch nicht Das ist natürlich noch besser, ich sag das Ja, 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 alles in Ordnung Wir heißen nicht Ich weiß Ich aber Ja, natürlich sehr gut gefallen, Anissa Welches Lied, das kann ich jetzt nicht so sagen Aber die Interpreten haben ja alle guten Fall Und natürlich die Jungs gerade So Kellerwerke Ja, das ist knackig, ne? Genau Die waren super Und? Die waren ganz gut Ganz gut? Oder nicht so? Oder besser? Ich hab sie bis jetzt erst nur zwei Lieder gehört Achso, bist du noch nicht so lange hier? Nein Also YouTube gucken Haben wir ganz viel Hast du die Jungs schon mal gesehen? Ja Ja? Ja Und? Gut Gut? Ja Wie gut? Sehr gut Gut, ja, Botzführer Die haben doch gerade gefilmt, ne? Ja Mit so einer Scheinwerfer auf der Kamera Passt die auf jeder Kamera drauf? Ja Ich hab jetzt eine Canon Da könnte ich mir auch so einen Scheinwerfer Ja Ich wollte dir nur mal irgendwas sagen Dass du das Trostet für mich bist Wir fallen heut jeden Tag Liegen uns in den Arm Denken still, was so war Halleluja, Halleluja Dass was bleibt, das kann uns keiner mehr nehmen Halleluja, Halleluja Dass was bleibt, das kann uns keiner mehr nehmen Ich würde alles nur für eins und mit Den Grunen steckst du dich frei Hab uns lang nicht gesehen Heute ist der Tag für alle Ewigkeit Für alle Grenzen zu uns weit Vor allem auch, wir warten alle auf mich Schlecht sehen Mit ihm ist jeder Tag, der jetzt wird Sexy Du lässt ihn deine hohen Stiefel lecken Sexy Und du bist rechte Bärmeer sind Fuck Bei Sexy war es ganz cool, ne? Ja, Sexy war ganz cool Gleich geht's genauso weiter, wie es aufgehört hat Ja, das muss man noch gucken Ja, ich auch Länger hier gucken? Nein Habt die Gruppe nicht gesehen? Nein Ja Schade, ne? Da musst du noch bleiben Ich bleib' auch Astreide Musik ist hier Ja, endlich kommst du zu mir Ja, endlich kommst du zu mir Jetzt wolltest du mal hören, wie es gefallen hat Ja, super Ja? Kann ich ganz ehrlich sagen Ganz toll Wie findest du dein Talent nochmal hier an sich? Ja, ist ne angenehme Sache Vor allem, wenn das Wetter stimmt Wenn es schneit ist, glaube ich, nicht so gut, ne? So schöne Location, ne? Ja, ja, absolut gut, absolut gut Wetter ist super und Stimmung ist groß Ja, nee, freu mich, wie du wiederkommst Noch zufrieden? Immer noch zufrieden, ja, auf jeden Fall Wie war die zweite Runde? Besser, die können immer nur noch besser werden Schlecht sind die nicht Was hat dir am besten gefallen? Sexy? Oder Eignen? Nee, sexy Sexy war geil Du, wie schon wieder Interview hier, ne? Ja Was hat dir am besten gefallen? Oh, it's amazing, fantastic Welchen Song fandst du den am besten? Nur mit dir natürlich Der wurde ja noch gar nicht gespielt Sicher, klar Ein Moment wurde gespielt Nee, nur mit dir auch Nein Sind wir hier gerade beim 1Live Liebesanlag? Nur mit dir, haben die nicht gesungen? Nee, haben die nicht gesungen Oh, haben die? Haben die natürlich, hat die Eignen gesagt Ein Moment haben die gesungen Was haben die gesungen? Einen Moment Ja, einen Moment haben die gesungen Lebe jede Sekunde haben die gesungen Aber Lomet, die habe ich auch nicht gehört, Eignen Sag mal, hast du so viel getrunken? Eignen, was für ein reichter Freund Was habt ihr denn getrunken? Guck mal da, was haben die Leute Wasser, Wasser Und davon wird man so gaga Aber ich mag auch gerne einen Moment Also ich finde, das ist ein klasse Song Der hat so ein Rhythmusgefühl Und eine Melodie, die bei jedem drin bleibt Aber Lomet hier finde ich eigentlich Lometan am besten Ja Es kommentiert auch nicht Ich spiele die heute leider Nee Vielleicht kommt noch Stadtbefüster, wenn wir Glück haben Oh ja, bestimmt Und jetzt stimmt Der Andy muss rappen Andy ist unser Rapper Guck mal, und das ist der Paolo Der ist der nächste Schlagerstar Paolo Warte mal Paolo Tutulotu Und stelle hier vor, ich sitze am Meer Dann denk ich an die Sämse Und mein Herz, das wird so schwer Die waren 17 Uhr Wir fielen, wir fielen, wir gingen Jetzt ist er los Und dann los Wir sind los Lumpig Achso Oberhausen, ne? Ja Unterhausen Also ganz ehrlich, Oberhausen finde ich echt sexy, sexy. Ja, richtig geil, gute Stimmung und ja, auf jeden Fall, die Atmosphäre ist hier geil, schön hier am Wasser, schön Lichter und so, das macht Spaß. Ja, also haben wir echt Glück gehabt. Spielt ihr jetzt noch gleich einen Eingesong in den Dritten Teil? Ja, toll. Kannst du uns verraten, welchen? Sollen wir? Ich sag, schlaflos auf jeden Fall. Gut. Und Stadgeflüster auch. Stadgeflüster? Ja, Stadgeflüster, ja. Da sind wir dabei. Wunderbar. Sag ich mal bis gleich. Bis dann. Hival пятьs Uhr Stadgeflüster Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020